Leave her alone! Das Kinderblut schmeckt aber gut heute. Äh, hi, ich bin's wieder. Wie meistens ein bisschen late to the party, aber... Naja, ich hab diesmal wenigstens ne Ausrede. Ich war krank, also kein Koronga, keine Angst, äh... Nur bisschen Schnupfen, Kopfschmerzen, Schluckbeschwerden. Apropos Schluckbeschwerden. Julian Reichelt, ehemaliger Chefredakteur der Bild-Zeitung, wurde gefeuert, also offiziell freigestellt. Begründung war, dass er privates und berufliches nicht genug getrennt hat. Viele haben jetzt groß gejubelt und ich muss zugeben, dass ich auch ein bisschen schadenfroh war. Ich mochte den auch nicht so gerne. Allerdings hab ich mir danach dann noch ein paar Gedanken zu dem Thema gemacht, die ich in der öffentlichen Debatte nicht so wirklich bis gar nicht mitbekommen hab. Also warum nicht einfach mit auf den großen Meinungshaufen mit draufscheißen? Here we go! Alles, was ich dazu sage, ist natürlich nur meine persönliche Meinung. Wenn ihr dazu ne andere habt, schreibt sie gerne unten in die Kommentare. Ich lese die sogar. Aber was ist denn überhaupt passiert? Laut Recherchen des Spiegels soll Reichelt seine Machtposition ausgenutzt haben, um mit Mitarbeiterinnen Sex gegen Beförderung gehabt zu haben, beziehungsweise sie dazu gedrängt zu haben. Reichelt wurde also basically gefeuert wegen Machtmissbrauch, übergriffigem Verhalten, einem fragwürdigen Frauenbild, nicht akzeptieren von Grenzen. Also grob zusammengefasst exakt im Geschäftsmodell der Bild-Zeitung. Als ich las, was Reichelt da gemacht haben soll, war ich ehrlich gesagt kein bisschen schockiert, sondern dachte mir eher, also manchmal da gibt's einen Mann, das ist der richtige Mann am richtigen Ort, zur richtigen Zeit. Der passt genau dahin. Und so einer war... Julian Reichelt in der Bild-Redaktion. Trotzdem sind alle geschockt. Julian Reichelt belästigt andere Leute. Surprise! Michael Wendler sagte übrigens manchmal dumme Sachen, Xavier Naldou wirkt ein bisschen durchgeknallt und Jürgen Milski hat nicht unbedingt das empathischste Weltbild. Es ist auch so fucking bezeichnend für unsere aktuelle Gesellschaft, dass ausgerechnet das zur Freistellung führt. Nur zur Erinnerung. Vor gut einem Jahr hat in Solingen eine junge Mutter fünf ihrer Kinder umgebracht und die Bild-Zeitung hatte unter der Fuchtel von Julian Reichelt nichts Besseres zu tun, als die WhatsApp-Verläufe des einzigen überlebenden Jungen zu veröffentlichen. Und auch danach haben die nicht locker gelassen und haben das hier alles noch über diese Mutter und über diesen Fall geschrieben. Nur zur Erinnerung. Alles, was wirklich markenrelevant ist, also relevant für die Marke Bild, geht über meinen Tisch. Und was nicht über meinen Tisch geht, geht durch Abläufe und über Menschen, von denen ich überzeugt bin und mich darauf verlassen kann, dass sie in meinem Sinne handeln. Frisch traumatisiertes Kind misshandeln kann man schon mal machen, aber Sex mit Mitarbeiterinnen, nein, das geht zu weit. Die Nummern mit Baerbock und Drosten sind übrigens auch unter Reichelt passiert. Also, dass man beide zum Interview einlädt, beide dann ablehnen, weil sie sagen, dass sie Besseres zu tun haben und zum Dank mit einer Schmutzkampagne rechnen dürfen. Ein Virologe in einer Pandemie und eine Kanzlerkandidatin mitten im Wahlkampf haben Besseres zu tun, als mit Gossen-Journalisten zu reden. Oh nein, wie können sie nur? Ob man die beiden nun mag oder nicht, aber das ist doch wirklich keine Art. Hey, du lässt jetzt alles stehen und liegen, um mit uns zu reden, weil wir sind wichtig und wenn du das nicht machst, ne, dann gibt's eine Schmutzkampagne. Von dieser Art der Bedrohung und Belästigung haben übrigens schon mehrere Prominente berichtet, vor und während Reichelt. Die Nummer mit Sido ist übrigens auch unter Reichelt passiert. Bist du stolz? Bist du stolz? Wir würden nur... Verpisst euch, wir würden nur fragen. Verpisst euch, ihr seid Dreck. Ihr seid richtiger Dreck. Abschaum. Aber warum... Ihr beide seid richtige Abschaum von Menschen. Warum? Verpisst dich jetzt, guck nicht noch zu behindert. Warum guck... Warum? Warum beleidigen sie uns? Frei nach dem Motto, du bist bekannt, du hast uns jetzt gefälligst Rede und Antwort zu stehen. Wann und wo wir wollen. Das, was die Bild da macht, ist doch schon kein Journalismus mehr. Das ist doch eher eine Art Print-Terrorismus. Und all das hat nicht zu Reichels Freistellung geführt. Leute terrorisieren, die Besseres zu tun haben oder die zu Hause einfach nur ihre Ruhe haben wollen oder die gerade ihre Geschwister verloren haben. All das kann man ja gerne mal machen, aber Mittäterinnen anfassen. Oh, 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 oh. Mein lieber Scheu, sicher nicht. Ich weiß, ich weiß, Victim-Blaming ist sehr unbeliebt, aber wenn du eine Bewerbung an Axel Springer schickst, dann hält sich mein Mitleid doch eher in Grenzen. Kennt ihr noch von damals die Bilder, wo Leute zu Stierkämpfen gegangen sind und das dann nicht so gelaufen ist, wie man erwartet hat und man dann plötzlich ein Horn irgendwo im Körper hatte, die Leute gesagt haben, oh, äh, das ist aber schrecklich. Ja, unschöne Bilder, aber dann geht da halt nicht hin. Upsi, ich bin zu einer Tierquälershow mit gehörten Tieren gegangen und jetzt habe ich ein Horn in mir drin. Wer hätte denn damit rechnen können? Bitte Mitleid. Upsi, ich bin zur widerlichsten Zeitung des Landes gegangen und stellt sich raus, der Chefredakteur ist ebenfalls widerlich. Oh, jetzt habe ich ein Horn in mir drin. Bitte Mitleid, Leute. Ich konnte ja auch nicht ablehnen. Es ging ja schließlich um Karriere bei einem widerlichen Drecksblatt. Da kann man leider nicht ablehnen. Das geht dann nicht anders. Oh, jetzt ist er in mir drin. Ah, das wollte ich ja irgendwie doch nicht. Ja, arbeite nicht bei Springer. Ich weiß natürlich auch nicht genau, was all die Frauen, die dagegen reichelt, ausgesagt haben, vorher in der Bild-Zeitung gemacht haben. Aber dass man nach all dem, was sich die Bild über die letzten Jahre geleistet hat, nicht weiß, wie der Laden da läuft, kann mir doch keiner erzählen. In dem Fall sind sie jetzt zwar Opfer, aber haben vorher halt auch diese widerliche Schmutzmaschine mit am Laufen gehalten. Wisst ihr, was meine Meinung dazu ist? Lasst ihn da. Man sollte es Bild-Mitarbeitern so unangenehm wie möglich machen, da mitzuwirken. Und so ein Chef ist doch genau das, was sie verdient haben. Springerchef, Döpfner und die Kollegen wie Röpke oder Piatow oder Boje oder wie der neue Chefredakteur heißt, die haben natürlich alle nichts davon mitbekommen, wie sich Reichelt da verhalten hat. Zwinker. Hey, na, ich bin's. Direkt aus dem Schnitt. Da sind noch ein paar Dinge, die hatte ich anfangs nicht ins Skript geschrieben, weil ich dachte, dass es nicht so wichtig ist und quasi Nebenschauplatz aufmacht. Aber ich hab mich dann in der Zwischenzeit doch ein bisschen damit beschäftigt und dachte, ja, eigentlich gehört das schon hier mit rein. Und zwar, dass zum Beispiel Reichelt nicht erst im Oktober freigestellt wurde, sondern schon mal im März, dass es schon mal passiert wegen den gleichen Vorwürfen, wurde dann gesagt, naja, ist ja nicht verboten, nur ein bisschen komisch. Man hat ihm dann wohl gesagt, er soll das aber nicht nochmal machen. In der Zwischenzeit hat er das dann wohl doch nochmal gemacht. Also, es ist ja keine Vergewaltigung, ist ja eine Machtmissbrauch. So wie, hey, also wir können jetzt bumsen, komplett freiwillig und dann kriegst du vielleicht eine bessere Position danach, freiwillig. Ja, ist halt nicht verboten, aber shady. Gut, aber Bild-Zeitung und shady. Es gab auch Recherchen dazu vom Ippen Verlag, von Dirk Ippen, dem Chef davon, das ist der Typ, der letztes oder vorletztes Jahr Buzzfeed Deutschland übernommen hat. Von dem wurde das zurückgehalten, weil, was würde das denn für ein Bild ergeben, wenn man einem Konkurrenten jetzt auf die Füße tritt? Als Mediengruppe, die im direkten Wettbewerb mit Bild steht, müssen wir sehr genau darauf achten, dass nicht der Eindruck entsteht, wir wollten einem Wettbewerber wirtschaftlich schaden. Einem Wettbewerber. Gut, theoretisch schon, allerdings wird ein Teil der Bild-Zeitung in der Druckerei vom Ippen Verlag gedruckt. Also, Wettbewerber, die normale Bild-Zeitung und Buzzfeed, die linke Bild-Zeitung, die sich gegenseitig drucken, Wettbewerber, man kennt es, dem Gegner, die Zeitungen drucken und ihm die liefern. Das sind ja quasi Gegner, da gibt es keine Verstrickung. Und es wurde dann jetzt auf Druck gesagt, vielleicht veröffentlichen wir das doch. Dann wurde allerdings bekannt gegeben, nee, wird endgültig doch nicht veröffentlicht. Es ist so eine fucking Shitshow. Der Chef des Springer Verlags, Matthias Döpfner, wollte Reichelt doch gerne behalten, weil das der letzte ehrliche Journalist in Deutschland ist, der sich noch was traut. Weil der sich als einziger gegen den DDR-Obrigkeitsstaat wendet. Come on, also ich finde, Regierungskritik kann man gerne machen, finde ich auch immer gut, aber das ist so diese Keemstar-Methode. Man geht allen auf den Sack, verhält sich wie der größte Wichser und wenn Leute einen dann nicht mögen, dann sagt man, ja, nur weil ich ein bisschen Anti bin, weil ich mich was traue. Ich bin das Opfer hier, nicht, nicht ihr, ich, ich bin das arme Opfer. Ja, das tut mir wahnsinnig leid, der arme Julian Reichelt, das war so ein mutiger Kämpfer für unsere Freiheit. Danke Julian, dass du Leute in ihrer Privatsphäre belästigst. Das ist ein großartiger Journalist, wenn es wenigstens nur Kritik an Merkels Corona-Politik wäre oder so. Meinetwegen, kann er machen. Aber Alter, die Bild-Zeitung belästigt andauernd irgendwelche Leute und wenn der Typ dann gefeuert wird, weil er Mitarbeiterinnen angrabbelt und die da im Gegenzug für befördert, dann sagt man, oh, ihr wollt den nur absägen, weil der ist so kritisch gegenüber der Regierung. Really? Andere Sprecher vom Springer Verlag haben sich übrigens distanziert von ihrem eigenen Chef und meinen, ja, ja, der Matthias, vielleicht war da ein bisschen übertrieben. Ja, gut. Ich würde sagen, man könnte diesen neuen Chefredakteur, diesen Boje, kann man eigentlich direkt wieder absägen und wirklich einen Kämpfer für die Freiheit da einsetzen. Wie wäre es denn mit Attila Hildmann als Chefredakteur in der Bild-Zeitung oder Michael Wendler oder so? Fände ich ganz passend. Ich finde es auch ein bisschen unfair, dass nur die weiblichen Mitarbeiterinnen dort begrabscht werden. Ich finde es zwar gut, wenn es unangenehm ist, dort zu arbeiten, aber man könnte ja vielleicht noch mal eine Doppelspitze machen, so mit Attila und weiß ich nicht, irgendeinem homosexuellen Grabscher vielleicht, Reichelt auch noch eine Dreierspitze und dann Attila sorgt für die Inhalte und Reichelt und der homosexuelle Mitarbeiter sorgen einfach dafür, dass gleichsam die Frauen und die männlichen Mitarbeiter unangenehm berührt werden und da eine scheiß Zeit bei der Bild-Zeitung haben. Ich habe ja eben Stierkämpfer angesprochen. Ich wäre dafür, dass ein weiterer Redakteur in der Bild-Zeitung ein Stier sein muss und die Mitarbeiter dort alle so eine rote Uniform tragen müssen. Das wäre eigentlich auch ganz cool, aber ja gut, zurück zum eigentlichen Video. Fun Fact, das sind übrigens die Rügen, die der Presserat an verschiedene Zeitungen verteilt hat. Bild deutlich auf Platz 1 mit zehnmal so vielen Rügen wie der zweitplatzierte BZ. Komischerweise auch aus dem Hause Springer. Bleibt nur zu sagen, Tschüss Reichelt, ein Hund weniger, Springer bleibt der Feind. Was den Umgang der Gesellschaft mit dem Springer-Verlag angeht, können wir meiner Meinung nach auch gerne die 60er wiederholen. In das Springer-Verlagshaus. Ein Ofen. Leider. Gut, dass die Auflage von der Scheiße kontinuierlich sinkt. Enteignet Springer, Reichelt in den Knast. Und der Urheber all dieser Sachen, meiner Meinung, der Teufel in Person der Medienlandschaft in Deutschland ist Julian Reichelt. Das ist der Typ, der an der Spitze der Bild-Zeitung sitzt und das Go gibt. der sagt, go, do it, mach es. Wir wollen die Quote haben, wir wollen die Zeitung verkaufen, wir wollen die Abos haben. Und der Typ, der gehört meiner Meinung nach vor Gericht. Im ist der Beste.